Präsentiert von InDesignPodcast.de, Ihr ProfiCast für Layout und Design. Konstruieren Sie mit ein paar Mausklicks einen verblüffenden Effekt, der aussieht, als hätte man ein Puzzleteilchen aus dem Papier geschnitten. Kürzlich habe ich bei uns in Bern am Bahnhof diesen Effekt gesehen und sogleich nachgebaut in InDesign. Das Ganze ist ein InDesign-Pfad-Objekt, das heisst mit dem weissen Pfeil ist das immer noch editierbar. Wie habe ich das aufgebaut? Ich ging zuerst nach www.sxc.hu, was nichts anderes heisst als Stock Exchange und es ist eine Seite, wo es viele, viele Bilder gibt und viele auch für die freie Verwendung. So auch dieses Bild hier vom Puzzle. Ich habe einfach da nach Puzzle gesucht. Das Bild habe ich runtergeladen und dann via Illustrator nach InDesign genommen. Ich wechsle jetzt zu Illustrator, mache mir da eine neue Datei, eine Druckdatei, OK und platziere mir da jetzt das runtergeladene Puzzle-Bild. Datei, Platzieren. Ich nehme das Puzzle-Punkt JPEG und ganz wichtig ist, dass ich da jetzt anklicke, Vorlage. Denn so wird dieses JPEG-Bild als Hintergrund-Ebene abgelegt beim Platzieren. Ich mache das, Platzieren. Jetzt habe ich da noch eine Info, Farbmanagement-mässig, nämlich im JPEG-Bild ist ein sRGB-Profil hinterlegt. Und mein Arbeitsfarbraum in Illustrator ist Adobe RGB. Ich verwende weiterhin das eingebettete Profil, ist aber in meinem Fall eigentlich nicht so schlimm, weil das Pixel-Bild an sich fliegt ja eh wieder raus. OK. Jetzt habe ich da in den Ebenen drin die Vorlagenebene bekommen. Ich doppelklicke die in Illustrator und das Coole daran ist, dass die abgeblendet ist auf 50%. Jetzt kann ich auf der eigentlichen Ebene, auf Ebene 1, mit dem Zeichenstift dieses Puzzleteilchen nachzeichnen. Ich habe das bereits vorbereitet. Ich gehe da mal in mein anderes Illustrator-Dokument und kopiere mir dieses Puzzleteilchen, dieses fertig gezeichnete Puzzleteilchen und füge es da ein. Sie sehen, das muss nicht super genau sein. Es geht ja einfach darum, den Eindruck eines Puzzleteilchens zu bekommen. Dieses Ding kopiere ich jetzt mit Befehl C unter Windows mit Ctrl-C und füge das einfach in InDesign ein. Ich gehe in InDesign noch kurz aus dem Vorschau-Modus mit der Taste W und füge das da mal ein. Das Tolle ist, wenn ich Copy-Paste zwischen Illustrator und InDesign mache, dass ich jetzt nach wie vor Pfade habe. Das heisst, das ist wirklich ein echter Pfad, der da von Illustrator nach InDesign kopiert wurde. Diese Copy-Paste-Technologie hat auch ihre Grenzen. Nämlich, wenn die Pfade zu komplex werden, dann wird plötzlich ein, bitte festhalten, EPS-Bild eingebettet beim Copy-Paste von Illustrator nach InDesign. Und was natürlich auch keine gute Idee wäre, wenn sie jetzt künftig ihre Logos, die in Illustrator entwickelt wurden, einfach nach InDesign über Copy-Paste nehmen würden, denn Nachteil dabei wäre ja, dass diese Logos bei einer allfälligen Änderung nicht mehr aktualisierbar sind. Ich zeichne da jetzt weiter an meinem Puzzleteilchen. Und zwar nehme ich den schwarzen Pfeil und weise dem als Flächenfarbe mal Papier zu. Die Konturfarbe, die brauche ich nicht, das setze ich auf Ohne. Und jetzt kommt der eigentliche Effekt. Das Objekt mit dem schwarzen Pfeil auswählen und dann gehe ich auf die Effekte. Ich kann den Effekt dem gesamten Objekt zuweisen, brauche da ausser nicht auf Kontur oder Fläche zu klicken, also Doppelklick auf Objekt. Und ich brauche als Effekt, um das zu erreichen, muss da mal schauen, dass ich genügend sehe vom Ganzen, den Schatten nach innen. Ich aktiviere da noch kurz die Vorschau, damit wir auch gleich sehen, was denn da überhaupt abgeht. Multiplizieren, das belasse ich. Der Schatten soll sich multiplizieren. Die Farbe, die könnte ich noch ändern. Die belasse ich auch mal auf Schwarz. Der Abstand, der ist mir eigentlich im Moment etwas gross. Ich klicke einfach da drauf und mit dem Abwärtspfeil auf der Tastatur kann ich den verkleinern. Ich lasse ihn mal bei 2 mm. Der Versatz, vielleicht noch etwas anpassen, finde ich eigentlich so ganz schön. Und mit Unterfüllen kann ich die Gratation innerhalb dieses Verlaufs beeinflussen. Wenn ich da jetzt auf 100% stellen würde, dann hätte ich keinen Verlauf mehr. Und so gehe ich jetzt einfach systematisch zurück. Shift-Taste drücken und gedrückt halten. Und mit dem Abwärtspfeil so lange drücken, bis der Effekt passt. Ich denke, sowas ist gar nicht schlecht. Wenn ich jetzt diesen Effekt wirklich verbindlich anschauen will in InDesign, muss ich zwei Einstellungen zur Ansicht noch tätigen. Das sind Ansicht, Überdruckenvorschau. Und das zweite Ansicht, Anzeigeleistung, Anzeige mit hoher Qualität. Und erst jetzt sehe ich diesen Effekt verbindlich.